Hallo ihr Säcke! Hier ist Ecki oder so'n Scheiß. Oder wie ich mich auch früher genannt habe, ist EckiLP oder so'n Dreck. Ja, ich schau wieder ein Video raus. Wie lang ist es her? Ein Jahr? Zwei Jahre? Drei Jahre? Ich weiß es nicht. Oh, und ich bin nicht allein. Ich hab hier noch so'ne Flachzange bei mir. Hallo? Ja, du meinst mich? Ja, ich mein dich. Du denkst, ich hab jetzt auch Flachzange oder's? Ja, magst du es, wenn wir dann richtig Nachrichtnamen sagen? Nee. Nein? Das ist doch ein Scheißtreiber. Okay. Ja, ich bin da Jens. AK Robben. Ja, mich hat's einerseits, einerseits, äh, Deutsch. Ich schnauze. Mich hat's einerseits sehr gewundert, dass mein, ähm, ja, dass mein Kanal noch irgendwie überhaupt Abonnenten hat oder so, oder auf eh nicht im Abonnentenlevel ist, wie es damals war. Also entweder, ja doch, ich glaub, die, die mich abonniert haben, die sind auch irgendwie, irgendwie tot. Deswegen konnten sie mich nicht deabonnieren. Und ja. Sind alle schon gestorben. Ja, Spidget Finner, ne? Spidget Finner. Kennt ihr nicht die neuen Trends? Spidget, äh, Spidget, äh, Spidget, Spidget, Spidget Finner. Ja, fuck. Evil. Ach, heil doch dein Maul. Fuck. Er guckt sogar auf mich. Oh, Bounce. Ha. Hopfer. Ich dachte, der hat grad weggeguckt. Aber wir haben Glück gehabt. Dummheit schützt manchmal doch. Machen wir Party auf deinem Grab. Deine Mutter ist von Holgi. Nicht gegen Schwule, wenn ich manchmal solche Witze mache, aber... Toil. Ja. Au. Schwul. Au. Wieder mal bin ich so weit vorne und wo ist eigentlich mein scheiß Team. Au, Leute. Ey, block mich doch nicht, du Schmarotzer. Fahr doch. Hilf mir. Oh, du Arschgesicht. Schießt da mit Gold oder was oder warum kommt da die ganze... Nein, du fährst jetzt nicht gut. Du machst jetzt nicht den Kill. Du machst jetzt nicht den Kill. Du machst 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 nicht den Kill. Ja, bestimmt erkenne ich an der Pferdekutsche, dass sie eine Fahrtrichtung enden will, weil sie am eingeschaltenen Blinker. Ja. Bestimmt an seine Pferdekutsche Blinker. Klar, kennst du nicht die Pferdekutsche Blinker? Kutsche? Ja, das hat wirklich einen Blinker. Falls es euch irritiert, er macht Führerscheinfragen. Alter, der hat die Kammer wie... Da ist einfach eine Pferdekutsche scheiß Blinker. Echt? Haben die? Hä? Was ist das denn für neumodische Scheiße, Alter? Ich weiß es nicht. Das ist ein Budgetfinder. Wahrscheinlich so eine Lampe draußen, ne? So eine Öllampe, die sieht an aus, an aus. Genau, Alter. Und so ein kleiner Affe, der die bedient. Achja, was ich auch noch sagen wollte zu World of Tanks. Äh, habe ich Ewigkeiten nicht mehr gezockt, beziehungsweise in der letzten Zeit, also vor drei Monaten... Heilige Scheiße. Mein Spiel hat sich minimiert. Nein! So. Äh, vor drei Monaten habe ich das glaube ich auch mal ein, zwei Tage mal gezockt, aber irgendwie hat es mich nicht ganz bei der Sache behalten. Aber ja, jetzt habe ich irgendwie seit, äh, jetzt zocke ich seit, äh, zwei, drei Tagen wieder. Und das macht wirklich Bock. Da habe ich mir gedacht, äh, warum sollte ich denn keine Videos machen? Ich meine, ich habe gerade eh eh viele Abonnenten sowieso schon gestorben sind, aber ich habe so eine Woche gelegt. Ich mache das für die Toten. Das hat noch nie jemand gemacht. Deswegen fühlt sich das ja so cool an. Ich muss es einfach... ... das ist einfach neu. Titel für die Videobeschule. Video für die Toten. Das nämlich da. Weil ich hab eh eh keine Ahnung verfehlen für den Overtitel, lol. Overtitel. 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 Deine Mutter tagt ja mal der Hut. Alter, wir verlieren das hier wieder, wir werden hier seitlich über... Ah, Leute, nur ein paar Schüsse und die sind alle tot, aber nein, wir werden wieder überrannt. Mäuschen hinter dir, fahr zurück. Komm her, Potato. Komm her, fight me. Furensohn, du machst vollkommen leid. Vollkommenpanzer. Nein. Fuck. Ich dachte, das war seine eine... Ah. Ich wette, der holt mich... Ja, holt mich. Ja, die Schwuchtel. Schwuchtel! Diese kleine penetrante Objekt. 140. Oh mein Gott, ich bin dumm. Ja, nichts Neues. Halt doch einfach deinen Maul, du. So, wir spielen mein Lieblingspanzer. Den fucking... PZKP FE1-Ausführung-Zähl. Fall einfach dein Maul. Egal. Wir werden erstmal angefahren, du Arschgesicht. im ersten growl. Du. Den coolen Süß cin. Im Schreibstab steht er auch, erzählt uns seine Geschichten. Ich wette, ich krieg gleich jeden Strike rein, weil ich hier coopy reitet gene. Nein, mein Englisch ist normalerweise nicht so broken, aber irgendwie doch. Ja, I questioned you. S-Sidget's Pinner, was? Spidget's Pinner. Spidget's Pinner. Fuck the... Ich hab ja auf diesem Panzer am meisten Gefechte von... Fuck, Baum! Am meisten Gefechte von allen. Ich glaub 300 noch was. 380 oder so dürfte ich mittlerweile sein. Äh, der zweite Panzer hat, ähm... 280... Fechte. Also, der zweite Panzer mit dem ich am meisten... gefahren bin. So, wir diesen jetzt mal hier nicht gegenwirk. Cruisen. Deinem Klapplopp. Mein Gegner ist tot. Hui! Hallo Panzer 3A. Äh, 4A, tschuldigung. Was geht ab? Was geht ab? Aua! Ich weiß, dass es, äh... Das ist eigentlich für das Suicide Mission. Hi, Leute! Au! Was geht ab? Wow! Der Leben noch! Der Leben noch! Ich war jetzt einfach mal die Gegner, weil ich mal gucken, was ich alles finde. Oh, daneben. Wir haben nur noch 18 HP. Das wird klasse. Ich wette, ich fahr gleich irgendwo gegen und verrieke ein D2. Oh, scheiße. Bei den kommen wir nicht so gut durch. 3D2. Tschüss D2. Oh, also... IKV. Oder... IKV. Oder... X. 72. Da ist er... Hi! Oh, fuck. Ihr guckt auf mich. Nein! Hi, ich bin tot. We are so dead. Oder? Hart daneben! Opfer! Was macht ihr noch? Sag ich doch! Nur noch... Zwei Gegner Spazer. So fahr ich jedes Mal auch in mein Garten rein. Oh, der ist er. Da 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 da... Ja! GG! Gewonnen! Ja! Sieg! Aber ich war nicht so geil, oder? Jawohl! ich will mich nicht jedes Mal mindestens besseren Hälfte vom Team sei nicht dass die Schächere Hälfte schlechter ist doch ist sie aber das muss ich mein Video noch beenden ich überlege gerade was ich sage und jetzt beende ich es jetzt beende ich das Video einfach so wie du es gesagt hast das wäre voll geil das wäre voll geil mach das mal mit und jetzt so wie ich dann darüber laber jetzt auf das hättest du auch nicht raus jetzt ne das häng ich einfach mit hinten dran das ist schön sehen doch mach ich vor allem weil das jetzt auch gesagt hast dass ich es nicht machen soll doch mach ich tschüss